Ja, hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußball-Ecke. Ja, heute habe ich wieder 10 spannende Fußball-Quiz-Fragen aus der Bundesliga und International für euch. Und zwar zum Beispiel, wer hat das beste FIFA 22 Rating? Oder erkennst du den Spieler an seinen Transfers? Dann noch, welcher Torwart ist besser? Oder wie alt ist der Fußballer? Ja, wie gesagt, 10 spannende Fußball-Quiz-Fragen für euch. Schafft ihr sie alle? Dann viel Erfolg! Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, liebe Fußballfreunde, das war's für heute. Hat's euch Spaß gemacht? Wie viel hattet ihr richtig? Schreibt's in die Kommentare. Hier seht ihr gerade zwei Playlist-Vorschläge und einen Video-Vorschlag von meinem Fußball-Kanal. Könnt ihr euch mal gerne anschauen. Und nicht vergessen, wer das Fußball-Vorschläge zu abonnieren, wir sehen uns, bis bald, tschüss.